Hier spricht wieder Ostra und ich hab Mio wieder dabei. Wir sind in unseren Raumschiffen und wir spielen weiter Starbound. Hat sich ja letztes Mal schon richtig gelohnt. Ich bin der König geworden. Ja, auf welchem Planeten wollen wir denn gehen? Keine Ahnung. Erstmal Hallöchen. So, ähm, ja, ich weiß nicht. Haben wir irgendwie Kohle oder so? Ich hab Kohle, ja, aber ich weiß nicht, ob es sich jetzt schon lohnt, auf andere Planeten zu fahren, was wahrscheinlich dein Ziel ist. Ja, ich find die Planeten nicht ganz so schnieke. Dann gehen wir mal auf deinen Planeten runter. Okay. Und sammeln noch ein bisschen, würd ich sagen. Okay. Ich pack schon mal 27 bei mir rein, dann hab ich 54 schon mal. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich guck mal im... Wie? Hä? Sieht so aus, ob du auf dem selben Planeten bist wie ich. Echt? Warum? Aber ich bin noch gar nicht auf dem selben Planeten. Alpha, ups. Au, aber du hast dieselben Monde und so, alles ist gleich. Aber du bist nicht auf dem selben Planeten wie ich. Hm, vielleicht ist das Sonnensystem nur sehr ähnlich. Ich pack mal auch mal ein Fuel rein, dann hast du jetzt 86. Ja. Dann lass uns mal runtergehen, dann schauen wir mal. Okay, gut. Und runter. Hier ist Tark's. Gut, wir gehen diesmal nach links, oder was? Äh, bitte, ja. Ich nehme eine Paddel in die Hand, oder was das sein soll? Paddel? Geil. Das sieht aus wie eine Paddel. So, hier ist ein bisschen Silber und ist ein bisschen Wolle. Ach so, hab ich gar nicht gesehen. Kupfer. Da unten ist noch Kupfer ein bisschen weiter. Ui. Können wir mal ein bisschen Arbeitsteilung hier betreiben. Und böses Vieh, böses Vieh. Böses Vieh, hihi. Ich komm mal, komm mal, komm mal. Warte, 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 warte. Ich steck fest, aua. Ja, ich komm, bin gleich da. Äh. Ich muss ja sammeln. Ich kämpfe. Ich hab ihn noch nicht einmal getroffen, aber das macht doch nichts, oder? So. Nein, das macht nichts. So. Ich nehme mal ein bisschen was zu essen mit. Und gleich auch die Sämchen davon. Hm. Ich sammle hier mal ein bisschen Kupfer. Ey, Iron Ore ist das hier. Ach, das ist Iron, super. Seh ich gerade. Ah, Baumfeld. Auf mich drauf. Eieieieieiei. Ja, hier war Vieh hier. Ah, hier waren die Ameisenbären. Ameisenbärenkäfer. Hey, hier ist noch ein bisschen Iron Ore, glaub ich, ist das? Ne, das ist Kupfer. Das sagen wir zu allem, was wir sehen lassen. Ja, ist ja egal. Das ist aber Kupfer. So. Hier mal, glaub ich, ja. Komm schon, Bau ab. Ja, geht doch. Ich mache, ich mache hier ein bisschen, äh, irgendwie, keine Ahnung, Plant Fiber ein bisschen sammeln. Das finde ich wunderschön. Ich rutsche ein wenig weg. Kommt's? So. Ähm. Ja. Ey, ich bin noch am überlegen. Das ist nett. Das hat mich nur so angesprungen. Das hat sich gefreut, dich zu sehen. Ja, da steckt immer sein Schnabel in bestimmten Stellen, die, äh, bitte ohne Schnabel bleiben sollten. Bitte was? Voll, die hat ein Sägeblatt vorne an einem Schnabel. Ja, eben, deswegen sage ich das ja. Alles andere wäre ja weniger. Oh, hier ist noch mehr. Hier ist noch ein bisschen Kupfer. Hier ist noch eine Arbe Bingo, die nehme ich mit. Und hier ist auch noch Kupfer. Hm, schön. Ich habe noch vier Bananen. Bananen. Lecker. So. Geheim Passwort. Tja, also wir, also unser Ziel ist es irgendwo, äh, irgendwo ein nettes Stübchen, Büdchen und so zu, äh, ja, weiß ich nicht. Bauen. Bauen. Erbauen, errichten, aber dafür brauchen wir erstmal einen anderen Planeten, weil wir finden die beide nicht so schön. Ja, die sind vor allen Dingen, keine Ahnung, ich stehe nicht so aufs Schnabel-Tier. Ist irgendwas drin in der Höhle? Keine Ahnung, ich näher mich dem mal nicht. Und so lange müssen wir halt noch ein wenig sammeln. Ist halt nichts Neues. Sammeln, sammeln, sammeln. Und das ist aber viel Kohle, wa? Ja, da oben habe ich gesehen. Da möchte ich auch gerne dran. Gucken wir mal, ob du irgendwie von oben da dran kommst. Äh, erstmal hier den schönen Cobblestone mitnehmen. Äh, äh, ich bin... Äh, äh, äh... Oh ja, fast. Moment, Moment, Moment. Bau ein bisschen mit dem... Perfekt. So, dann baust du ab. Du baust die Kohle ab, dann baue ich hier die, äh, Pflanzen ab. Ist das eine schwimmende Maus? Keine Ahnung, irgendwas, was schwimmt. Das ist wie eine schwimmende Maus, solange es nicht aggressiv ist, ist alles okay. So, ich habe noch mal ein paar Bandagien. Prendiere an Sauerstoff. Ja, dann, äh, taucht doch mal auf. Nö, jetzt nicht. Ich werde schon nicht sterben. Dann nicht. Dass ich nicht sterben werde und dann... Jaja, und dann liegt mir irgendwo in der Ecke, ich weiß. Jaja. So, kommt schon noch das Letzte. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Ja, ich komme mit... Wait. Ich warte doch, ich bin... Wo bist du? Na, ich bin nach links gelaufen, logischerweise. Ach, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich wollte das ja noch mal sagen. Das ist nett, danke. So, in irgendeiner... Nein, da ist er ja. Kommt schon, stecht zu, los. Mit meiner langen Stange. Soll sind es nix drin, okay. Yeah, one shot. In die Höhe, in die Höhe möchte ich immer erst gehen, wenn wir ein bisschen mehr Ausrüstung haben. Ich glaube, sonst überleben wir das eh nicht so lange hoch. Oh, alles mingo. Ich glaube, ich sollte mir eine Banane essen. Vielleicht auch zwei, ja. Ach, danke. Gerne, kein Problem. Mach ich doch. Habe ich auch Hunger? Hier ist Gold. Das erstmal wird hier. Ich würde dir gerne helfen, aber ich muss was essen. Nicht schlimm. Ey, komm, ich habe... Ich könnte ja mit One-Shot erledigen, aber... Ja, ja. Wenn ich ihn nicht will, dann will es nicht. Sagste. Sagste, One-Shot. Ja, ja. Sag ich. Habe ich das eine doch auch geschafft. Ah, ja. Boah. Wenn ich mich wieder fertig machen will. Hammer, krass. Also, ich habe hier noch, äh... Also, eigentlich brauchen wir nicht so viel Eisen. Wir brauchen eigentlich ein bisschen... Obwohl, wir können gleich mal gucken, ob wir wegfahren können, schon mal. Ich dann... Ah, jetzt willst du doch weg, ja? Ja. Das heißt es nur, ich will weg und jetzt willst du auch mit weg, ne? Eigentlich wollte ich ja die ganzen Planeten erst ein bisschen durchsuchen, aber... Ich glaube, hier ist noch Kohle. Ich bräuchte jemanden, der mir ein Licht aufgehen lässt. Ne, ich kann gerade nicht. Ich bin gerade schwer am Kämpfen. Okay. Dann sehe ich es gerade selber. Lasse einfach das Tageslicht hineinscheinen. Geht's? Ja, ja. Danke. Was hat er echt Kohle gefunden? Jo. Ja. Wie hast du das denn gesehen? Ich bin halt gut. Skill und so. Naja, du bist ja auch mal im Bediensteteil. Als König darf ich das ja gar nicht sehen. Ach so, ach so. Ja, ist klar. Ich bin nur dafür da, dich zu loben. Komm. Ach, tatsächlich. Wann habe ich denn mal ein Lob erhalten? Äh. Erst vor kurzem. Ach ja, und welches war das? Das habe ich vergessen. Ich bin zu beschäftigt, mich daran zu erinnern. Undschott ist klar. Ist für mich kein Lob. Ich bin so gut, ich schaff's da hoch. Ja. Nein. Ja. Titan oder Silber? Was haben wir denn hier? Ähm. Wahrscheinlich Silber. Ja. Silber, ja. Wir sind doch noch gar nicht auf dem Levelgebiet. Ja, ist egal. Reich beschenkt zu werden. Ey, das springt immer so hoch, dass ich gar nicht mehr drankomme. Ah ja, ausreden. Nee, sonst wird. Muss ich wieder selber ran hier. Hier, one shot hier. Kiste, meine. Oh, toll. Blümchen. Wir hören ja wohl mir, ist das klar. Na gut, dann baue ich mal die Kiste ab. Mach das. So, ich kümmere mich derweil ums Kleinvieh. Ey, das ist mein Kleinvieh. Irgendwie, die können gar nix, oder? Nö. Da würde ich gerne runterleuchten. Manchmal sind da diese Hightech-Kisten drin. Wahrscheinlich, die, die bei uns schauen, die wissen gar nicht, wovon wir reden. Also, es gibt so verschiedene Stufen von Belohnungen in den Kisten. Und das sieht man eigentlich auch schon daran, was das für eine Kiste ist. Ja. Total cool. Da gibt's so pinkfarbene, grünfarbene, äh, ich weiß nicht, ob es noch glattgelbfarbene gab. Leuchtende Kisten. Ja, ja, genau. Die meine ich ja in den Farben, pink, gelb und, was weiß ich, grün. Ich tratschel hier mal ein bisschen weiter. Oh, Kohle. Ein bisschen weiter. Naja, geh ruhig, geh ruhig, geh ruhig. Oh, viel Kohle. Jetzt brauchst du Hilfe. Ja, es fällt gleich ins Wasser. Oder Öl, oder was auch immer das ist. Das steigt hier hoch. Keine Ahnung, was es ist. Wasser vielleicht. Ich bin da nicht der Meister des Wissens. Ich buddle um mein Leben. Ach das. Oh, jetzt geht langsam das Licht aus. Die Luft wird dünn. Das hast du schön gesagt. So, hoch mit mir. Also weiter unten ist nicht in der Suppe. Okay. Hier hab ich noch Iron Ore, glaub ich. Ja, genau. Fett. Weiß nicht, hast du da Copper, oder was ist das? Hm, Copper. Ich muss ins Bett. Bräuchte mal eins. Ja, ein Bett bräuchte ich auch mal. Das wäre noch das Nächste, was ich gerne haben möchte. Wenn jemand ein Bett findet, schickt es mir. Nein, Quatsch. War eine Truhe. Aber so eine war nicht gemeint. Aber da unten ist noch eine Truhe, glaub ich. Oder da war so ein Pixel-Ding. Ach, da hier ist eine Hightech-Truhe, genau. Siehst du? Ich bin gut. Das ist aber leider schlechter, das Ding, was hier drin ist, als meine. Ja, selbst von der Geschwindigkeit, das zerbritzele ich einfach mal. Nimm's ruhig mit. Die Truhe jetzt? Ja, alles. Das Ding hab ich zerschreddert. Ich hab mal hier noch die Kohle mitgenommen. Hier unten war wirklich eine Hightech-Truhe drin. Apple Pie, oh mein Gott. Das ist ja geil. Ich habe einen Boss gefunden. Echt, warte, ich baue noch die Truhe ab. Warte, ich muss eben das Blueprint lernen. Du kriegst also folglich das Nächste. Wir teilen das hier, denke ich mal, gerechterweise auf. Gerechterweise auf, ja. Ich rutsche hier schon wieder, wow. Komm, komm, uns da, komm. Mach doch kein Boss. Ach, doch, 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 doch. Lass dich mal die Arbeit machen. Der tut böse Auer. Los, stich in den Popo. Ja, wollte ich aber, irgendwie reichte meine Stange nicht so weit. Ah. Irgendwas hast du gekriegt? Echt? Eine Waffe, glaube ich. Guck mal, ich meine. Oh ja, eine Sense, die ist aber nicht gut. Die schlecht. Das ist schade. Möchtest du die haben oder darf ich die trashen? Wie, wie, wie viel Schaden hast du denn? 13. Ja, den möchte ich gerne haben. Echt? Ja. Ich mache ja so ein bisschen Raiver-Party so lange. Ich glaube, ich habe die weggeschmissen. Ne, ne, ja, du hast sie mir gegeben. Ja, ja, meine ich ja. Die macht sieben Schaden. DPS, aber egal. Echt? Ne, der stand 13. Egal. Ich nehme alles, was du mir zuschmeißt. Das stand doch noch 13. Ja, weil die so langsam zuhaut. Aber DPS ist sieben Schaden die Sekunde. Bei mir steht zum Beispiel, ich mache 18 oder 17 oder 16. Warte. Oben ist der DPS-Wert, ne? Ja, DPS ist 13, aber Damage per Swing. Ja, Swing ist ja, ja, aber wenn ich schnell zuhau' und ich mache per Swing schon DPS 11, ist doch klar, dass meine Waffe auch mehr Schaden macht. Also meine macht per Swing 16. Ja, wenn sie relativ schnell zuhaut, ist das ja gut. Ich sammle mal das Geld ein. Komm zurück, Vieh. So. Geht's? Ja. Alles klar. War hier unten nicht noch so ein Pixelding? Ne. Äh, da sind irgendwelche Sprout-Typen von dir, die mit Waffen... Hallo? Seid ihr nett? Oh, da ist ein Bett für mich! Die nett? Nö, der ist nett. Was ist das für eine geile Hütte? Das Bett gehört mir, ich bin auch ein Floran. Äh, du kannst auch das Blueprint hier drin haben. Okay, dankeschön. Was ist denn das? Okulomons. Okulomon. So. Machen wir mal hier drauf. Neh mal die Floranlichter mit. Rechts möchte ich das gerne lernen, aber irgendwie kann ich das nicht lernen. Da muss ich es doch hier drauf packen und das packe ich mal hier rein. Da sind irgendwie keine Ahnung. Wir haben wohl ein, wir haben wohl eine Zivilisation gefunden. Ich kann das nicht lernen. Ostra? Ja, bitte, warum kannst du das nicht lernen? Du musst es einfach in die Hand nehmen. Hab ich. Und jetzt? Schmeiß mir das mal zu. Kulomon, ja wie, das... Wie, einfach nur links klicken dann. Hab ich doch gemacht, aber es ging nicht. Mach nochmal. Oder rechts klicken, vielleicht dass es auch in der rechten Hand gehabt. Ok, ich hab's jetzt in meiner Hand und ich... Wie, ich hatte das doch in... Auf fünf hab ich das gepackt. Ja, links oder rechts, muss man machen. Hast du jetzt gelernt? Ne, ich hab's in der linken und ich kann das nicht lernen. Mach mal rechte Hand. Already known steht da. Ach, das kennst du schon. Ja, das ist ja dann was anderes. Gib mir das. Ach so. Oh, ich hab's nicht gewusst, dass ich das schon kannte. Ups. Hab ich auch nicht gelesen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil das ja, äh... Ja? Äh, sag ich jetzt mal, ähm... Von meinem Leutnis. Genau, weil das wahrscheinlich eh ein Rezept ist, was du sowieso schon kennst. Ich plündere mal ein bisschen die Städte von denen. Boah, die haben so coole Sachen hier. Oh, hier oben ist es ja toll. Ist das auch wie oben? Ich bin in dem Baum, sozusagen. Ja, ja, da bin ich auch. Oh, da haben die Fälle und so hängen. Total geil. Oh, ich entwaffne mich mal eben selbst. Nicht, dass sie gleich noch böse auf mich werden. Weil irgendwie der eine Floran... Auf mich werden die niemals böse. Oh, das ist so toll hier oben. Vor allen Dingen haben die diese Stammeskleidung von dir an. Oh, die... Den nehme ich mit. Den nehme ich. Das gehört dem... Das ist das, was einem König gebührt. Was hast du da? Nix. Sag es mir. Ich habe einen Vogeltron für einen Vogel. Jetzt echt? Ja, ich habe einen richtig geilen Thron. Darauf komm mal. Warum hast du das Bett nicht mitgenommen? Nö. Aber... Es macht keinen Sinn, zu diskutieren. Ich baue deren Treppen mal ab. Mit mir zu diskutieren macht keinen Sinn. Da hast du recht. Ich habe eine rote Taschenlampe gefunden. Oh, ich möchte sie haben. Möchtest du die haben? Ja, kannst du gerne haben. Ich baue hier mal gerade alle Treppen und so ab. Ich glaube, die kommen hier dann nicht mehr raus. Ja. Schlimm, ich brauche die selber, falls wir unser eigenes Haus bauen. Nein, mach euch alles kaputt. Mach die ganze Zivilisation ruhig fertig. Ist schon okay. Das sind meine Leute, die akzeptieren das. Das bin ich halt. So, das ist okay. Keine Ahnung, ob ich hier zum Stimmen... Da hinten ist nochmal so ein Living... So ein lebender Baumzeug zum Hochgehen. Aber hier ist so eine grüne Lampe. Die nehme ich auch mal mit. So. Da hat er auch die Ostra... Ja, 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 ja. Ich wollte dir ja die rote Taschenlampe noch geben. Wir machen schon wieder Überlänge. Wollen wir mal eben die Folge beenden? Wir können auch die... Oh, ein Sofa. Das habe ich auch. Ich glaube, das ist ein Thron. Wie? Ich glaube, das ist ein Thron. Der ist ein Sofa. Das ist ein Thron. Das ist ein Sofa. Du hast ja keine Ahnung, Ostra. So, ich dachte, wir wollen... Oh, das ist ja ein cooler Stuhl hier. Ja, jetzt bin ich wieder so im Plündern drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt die Folge beenden möchte oder nicht. Ja, aber du musst. Ich muss? Ja, du musst. Weil, ähm... Oh Gott, Sofa... Ähm, ich nehme noch so eine Lampe mit und dann sage ich aber... Reicht es für diese Folge? Oh, diese Lampen. Die nehmen ich auch mal mit. Oh, es tut mir so leid. Ich muss einfach... Wartet, einen Moment noch. Diese Lampen, die brauche ich noch. Die sind toll. Ich meine, das ist mein Stamm. Okay, gut. So. Ja, Ostra, sag was. Ja, äh, das war diese Folge, ähm, Starbound mit der Miu. Wir plündern jetzt hier noch ein bisschen die Zivilisation. Sehen uns dann frisch in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.